Hallo meine Freunde, wir haben heute noch einen anderen Mensch, einen Gast und der heißt RamboKiller. Wir spielen jetzt gerade mit ihm zusammen GTA 5. Ja, wir werden gerade verfolgt. Und wow, wir bekommen die Sterne schon fast weg. Und oh oh, jetzt die Polizei, wieder die Polizei. Die Polizei, die Bullen. Und wir hauen, wir hauen gerade wieder ab. Wir sind hier zu dritt am Fahren. Sieht geil aus. Fahren wir zum Flughafen? Okay, wir verstecken uns. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. richtig heute wird jetzt ein bisschen eine längere Folge einfach mal so und ja wir sind hier uns gerade sehr sehr gut am Verstecken die Bullen finden uns nicht das ist ein gutes Versteck ja die sind schlecht sogar der Helikopter findet uns nicht weil wir zu gut versteckt sind so wir haben die Steine weg oh Leo und dort vorne ist noch die Polizei so wohin fahren wir jetzt ja ok dann gehen wir zuerst warte warte das ist die Krater so ist die Krater so ist die Krater so ist die Krater die Krater die Krater ich habe einen gekillt sind alle gekillt ich glaube sie wurden gekillt oh oh wir waren auf der Bordel ok wir sehen wir nope die Kangen die miss Hast du viel Geld? Wie viel? Ich habe viel weniger, ich habe nur, schau schnell, ich habe nur 13.000, ich muss einzahlen. Das ist viel, 38 Millionen, sehr, sehr viel, braucht man, das gehört mega viel Geld, bitte schon mal ein. Eine Milliarde, glaubst du, wie viele Missionen hast du gemacht? Wie oft bist du, Seed, nicht jetzt gerade, du bist. Ah ja, du bist ja hoch, du bist sehr, sehr, sehr hoch. Ich habe auch einen Freund, ich habe auch einen Freund, ich bin sehr seltener. Oh. 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 Sie sind da oben. Okay. Das wäre cool, weil dann... Oh, hier. Ich schieße nicht. Ja, ich habe ihn abgeschossen. Hallo, wer schießt hier? Man muss gar nicht mehr schießen, Leute. Leute. Das... Das... Das war... No, das kann nicht sein, dass das alles war. Nein. Irgendwo ist sicher noch eins seltener. Irgendwo. Vielleicht. Fangen wir in die Garage? Können wir in deine Garage reinfahren? Okay. Nein. Ja, ein bisschen. Nur ganz, ganz, ganz wenig. Zu wenig. Denn er ist richtig kaputt. Oh, ja, 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 er ist richtig kaputt. Man sieht's. Vorne dran. Aber jetzt wird er repariert, oder? Warum ist er nicht eingeschrieben? Geschweig. Wow. Ja, so... So ist schon viel geiler. Viel geiler. Aber... Nö, jetzt ist es nicht... Hä? Einer ist nicht drin. Ist... Ist... Ist er mit uns? Kommt er hier wieder raus? Ja. Steigt er hier auch noch rein? Oder nicht? Ich glaub, das wird nichts mehr. Oder steigt er noch bei uns ein? Okay. So, gehen wir jetzt zu deiner Garage? Komm schon. Okay. Komm schon. Okay. 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 Wie... Einfach in einer, wo es sehr, sehr geile Autos drin gibt. fahr mal zu einer, wo es sehr, sehr geile Autos drin hat. Okay. Das wäre richtig geil für YouTube, weil dann sehen sie auch deine geilen Autos. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja... Hm. Nur damit... Diesen Wagen hier... Kann ich mir noch nicht kaufen und ich habe ihn mir auch noch nicht gekauft. Aber ich will ihn mir kaufen. Welche... Welche Mission empfiehlst du mir? Wo man viel Geld verdient. Okay. Das werde ich machen. Und jetzt fahren wir in deine Garage. Richtig geil. Juppi. Oh mein Gott. So. Okay. Wo bist du? Kann ich zu deiner Garage reinkommen? Oh mein Gott. Okay. Was ist hier gerade? Okay. okay geil Juppie so jetzt werden wir die geilsten Autos sehen sich also ich denke schon dass sie geil sind oh doch 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 die sind richtig 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 geil wow hier gibt es so geile Wagen so so geile Wagen können wir nachher den Wagen hier nehmen können wir nachher den Wagen hier nehmen ja ah ja wow jetzt sehen wir den Namen von allen Autos geil und auch die Marke wow und ich kann auf die Autos rauf gehen wow sehen hier ist richtig geil geil hier kann man rauf gehen hier kann man rauf gehen was nehmen wir für einen Wagen nehmen wir den nehmen wir den dann nehmen wir den Corona wieder aber das war mal geil diese Garage okay Leute ihr seht jetzt noch die anderen Garage hä wo bist du das war das war das war ist das war Vielen Dank.